Hallo, mein Name ist Björn Schwarze und willkommen auf meinen Kanal. Kurz vorab, dies ist eine Dauerwerbesendung und alles was ich gleich erzähle, ist alles meine eigene Meinung. Jeder kann eine andere Meinung dazu haben, das ist okay. Wir sprechen heute über den Film Gritters, das ist die DVD dazu, kann man sehr gerne, ja. Ähm, kurz, ähm, was hat Leonardo DiCaprio und Billy Zane gemeinsam? Richtig, sie haben zusammen den Film Titanic gedreht, damit wurden sie weltberühmt, aber davor haben die beiden auch noch was gemeinsam gehabt. Beide haben in einen Gritters Film mitgespielt. Billy Zane, das habe ich auch gerade erst mal, wo ich den Film geschaut habe, gesehen, dass er da mitspielt. Ähm, Billy Zane in den ersten Teil, nicht lange, aber er spielt mit. Und, äh, Leonardo DiCaprio in den dritten Teil. Wir reden heute aber nur über den ersten Teil. Vorab, ich wollte erst, äh, äh, sofort alle vier Teile, ähm, vorstellen und, äh, ein bisschen ranken. Äh, werde ich aber nicht machen, weil ich hab mir den ersten Teil angeschaut und, äh, äh, mir war es ja doch wichtig, diesen Film erst mal alleine vorzustellen, weil er doch was Besonderes ist. Ähm, man darf den Film nicht ganz so ernst nehmen. Aber, warum ist der Film so gut? Weil er Spaß macht. Er macht einfach Spaß, er macht Laune. Früher, alle, die früher in der Videothek gegangen sind und diese Reihe ausgeliehen hat, oder zumindest den ersten Film gesehen hat, der hat gesagt, super, also, es macht einfach Spaß, diesen Film anzuschauen. Und der bleibt auch in Erinnerung. Das ist einfach so. Man kann ihn sich auch den zweiten Mal angucken, man kann den dritten Mal, oder in fünf Jahren nochmal gucken. Das ist ein Film, den kann man immer wieder sehen. Genau, so ist das. Der Film ist von 1986 und der die Regie gemacht hat, steht da hier hinten drauf, hieß, da muss ich mal eben so gucken, Stephen Herrick. Und das war sein erster Film und jetzt sieht man auch, warum dieser Film eigentlich sehr gelungen ist. Er hat noch Filme gedreht, da muss ich eben ein Zettelchen dazu holen, Filme gedreht wie Bill, also der nächste Film war dann Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Auch so ein abgedrehter Film, der auch sehr erfolgreich war. Dann Fast Food Family, hier mit Kelly Bundy, hat da mitgespielt, war auch sehr erfolgreich. Mighty Ducks mit Emilio Eastervest, dem Bruder von Charlie Sheen. Dann 101 Dalmatina mit Glenn Close und jetzt zur Zeit dreht er die Serie MacGyver, die neue Serie. Also er ist kein Unbekannter. So, jetzt kommen wir aber zum Inhalt. Kurz vorab, ich spoiler ein bisschen, sogar viel. Also, ich schätze mal, jeder hat den Film auch schon gesehen, der das Video hier guckt. Ähm, ähm, der Junge, der hier mitspielt, der heißt... Scott Grimes, der ist es halt auch sehr bekannt, er spielt in der Serie The Orville mit. Jo, also die Karriere ging auch weiter. Die anderen Hauptdarsteller, äh, sind mehr oder weniger untergegangen, jetzt außer Billy Zane. Äh, genau. So, jetzt fangen wir an, äh, zu dem Inhalt. Da ist irgendwie auch alles drin. Und, ähm, es geht damit los, da sind Außerirdische, es geht wirklich los mit Außerirdischen. Ähm, das ist so ein Gefangentransport im Weltall. Und da sind gefährliche Munster entwischt mit einem Raumschiff. Das sind die Gritters. Und die wurden auch sofort dann dargestellt, die sind böse. Die vernichten alles. Und da werden dann zwei, so eine Art Kopfgeldjäger losgeschickt, die sich verwandeln können. Und die müssen die Gritters dann vernichten. Nicht einfach direkt vernichten. Weil die so gefährlich sind. Also, man wird sofort, von Anfang des Films wird man sofort gesagt, die sind gefährlich. Die gefährlichsten Munster im Weltall. So ungefähr. Danach geht es ein bisschen ruhiger los. Danach werden die Charaktere auf der Erde vorgestellt. Das ist eine Familie, die auf einer Farm ist. Und da spielt nachher auch alles ab. Dann wird die Kleinstadt noch ein bisschen, der Sheriff wird noch ein bisschen eingeführt. Und die Charaktere werden dann vorgestellt. Alles bis dahin okay. Dann wird es interessant. Dann kommen die Gritters halt auf der Erde mit dem Raumschiff. Die Kopfgeldjäger hinterher. Die Gritters gehen auch sofort drauf los und greifen an. Und die Kopfgeldjäger. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Ein Polizist wurde ermordet. Liegt da ermordet dann, halb zerfleischt dann da rum. Und die Kopfgeldjäger können sich ja verwandeln in diesen menschlichen Körper. Also so ein Formwandler kann man sagen. Und der nimmt dann die Gestalt des Totens an. Also ja. Es ist zwischendurch auch genug zum Lachen noch dazwischen. Und es sind auch noch spannende Momente dazwischen. Also auch so, wenn einer aus dem Fenster guckt und diese Augen dann anstarren, weil man wusste noch nicht, wie die Gritters da aussehen, weil sie ja wirklich ganz neu waren. Es waren auch, es sind spannende Elemente drin. Und nachher auch wieder die Waffen. Das war ja alles neu. Dass sie diese Stacheln da schießen können und die anderen lähmen können. Dass die Gritters größer werden können. Ja, alles sowas. Und diese Kopfgeldjäger, einen Schluck trinken, haben so eine Art, ja, die sind so eine Art wie ein Terminator. Terminator 1 und 2. Die gehen dann erst in eine Kirche rein, dann auf eine Bowlingbahn und kommen rein. Wo sind die Gritters? Oder wir wollen die Gritters. Und ja, was wollt ihr? Das ist wie der Terminator. Und dann fangen die an zu schießen, nehmen die Leute hoch. Wo sind die Gritters? Das ist wirklich wie ein Terminator. Also es werden auch viele Elemente gemischt von anderen Filmen. Geht hin und wieder mal ein bisschen geklaut. Würde ich so sagen. Genau, dass die auch noch größer werden, die Gritters. Sie werden ja nachher, die sind eigentlich ja nur so groß, die Viecher. Und werden dann immer größer. Und nachher so groß wie ein Mensch. Ungefähr diese Größe. Und dann rollen die sich zusammen. Und genau. Es waren groß und ganz, glaube ich, acht Gritters. Ja, acht Gritters waren es, glaube ich, die sie jagen mussten. Und die verwüsten halt diese Farm. Und dann müssen die da gegen die Gritters kämpfen. Und diese Gritters, die können ja, die reden ja auch miteinander. Und da gibt es immer einen Untertitel. Und das ist eigentlich das Highlight in jedem Film. Weil die sind witzig. Also, das ist wirklich, wenn die da reden, der andere Kollege wird abgeschossen. Oh, fuck. Und es macht einfach Spaß, diesen Film zu schauen. Genau. Dazu, das war es eigentlich eigentlich ein großer Moment zu Gritters. Es ist der erste Teil von vier Teilen. Dieser erste Teil war so erfolgreich, der hat, glaube ich, zwei Millionen gekostet. Und eingespielt, um die 13, 14 Millionen eingespielt. Also, das war auch noch ein recht erfolgreicher Film. Und am Ende des Films, wie das meistens ein Horrorfilm ist, gibt es einen kleinen Hangover. Das ist, ja, da bleiben Eier übrig. Und das heißt, alle Gritters wurden ja vernichtet. Und dann, wie gesagt, es bleibt Spoiler in diesem Teil. Es bleiben Eier übrig. Also, das heißt, es wird einen zweiten Teil geben. Oder die Voraussetzungen für einen zweiten Teil sind gegeben. Und nach so einem erfolgreichen Start eines Horrorfilms, das ist ein Horrorfilm, Horrorkomödie, Horrorkomödie würde ich diesen ersten Teil gar nicht großartig sagen. Das sind nachher die anderen Teile ein bisschen witziger und nicht mehr so ernst genommen. Aber dieser hier versuchte doch mehr oder weniger ein Horrorfilm zu sein, mit ein paar witzigen Elementen. Wie gesagt, der Film hat sich selber, glaube ich, nicht ernst genommen. Und deswegen macht er auch viel Spaß. Die Charaktere machen unheimlich viel Spaß. Und eine Frage. Ein Sheriff in einer kleinen Stadt. Ich habe mir vor Tagen nochmal Angriff der Riesenspinne angeschaut. Und der Sheriff, alt und dick. Alle. Also, gucke ich mir Horrorfilme an und immer verblödelt. Die werden angerufen, ja, ja, ach ich. Und die liegen immer am Bett, wenn sie angerufen werden. Nachts liegen sie immer am Bett, anschnarren, machen das Licht an, gehen am Telefon. Ja, was ist denn? Es ist irgendwie immer das Gleiche in jedem Horrorfilm, dass ein dicker Hinterwäldler-Polizist da rum sitzt. Warum? Keine Ahnung. Und meistens dumm. Die werden in den ganzen Filmen auch nichts machen. Also, außer die gehen meistens drauf oder, oder, ja, oder auch nicht. Aber die machen halt nichts. Eigentlich nur Opfer. Genau, ja, wie gesagt, ich werde euch den zweiten, dritten und vierten Teil auch vorstellen. Aber einzeln. Und bei dem vierten Teil später werde ich dem vorstellen, werde ich am Ende die Filme dann einmal kritisieren. Also einmal Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Und genau so machen wir das. Genau. Ja, das war es eigentlich zu dem Film Gritters. Auf jeden Fall lohnt sich der Film zu schauen. Den gibt es bei Amazon Prime zu schauen. Zum Ausleihen leider für 3,99. Bis jetzt aktuell. Ich weiß nicht, wann dieses Video geschaut wird. Kann auch sein, dass der gerade nicht verfügbar ist. Oder auch bei Prime gerade umsonst ist. Ansonsten kauft euch die DVD oder die Blu-Ray. Genau. So, das war es. Und ich sage mal dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Schönen Abend noch oder einen schönen Tag. Tschüss.